Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir befinden uns heute in Dänemark und gehen jetzt zum Waterfall Beach und danach geht es für uns zu den Greenpools und den Elephant Walks. Das seht ihr in diesem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Wir befinden uns gerade am Sugarloaf Walk oder wie man das ausspricht. Wir waren gerade an der Harmelin Bay, konnten leider nicht so viel filmen, weil wir verpeilt haben, die SD-Karte leer zu machen. Bis zum nächsten Mal. Deswegen haben wir nicht viel gespeichert den Platz. Aber das zeigen wir euch jetzt. Und was wir noch sagen wollten, wir waren gerade noch auf dem Markt und konnten nur 6 Avocados für 5 Dollar hergeraden. War richtig gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.